Also ich habe mich dann letztendlich bei Tinder abgemeldet. Und dann ist es darum gegangen, das Profil zum Ausfüllen. Und ich muss sagen, ich habe alles wahrheitsgemäß ausgefüllt und habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, was man da so alles reinschreibt. Und dann habe ich natürlich schon in mein Profil eingeschrieben, dass ich eine feste Beziehung suche und was ich halt so für Vorlieben habe oder was ich für Hobbys habe und so. Und das habe ich dann alles reingeschrieben. Und dann habe ich natürlich auch ein paar schöne Beuteln hochgeladen. Und natürlich, ja, einfach das alles so gemacht vom Profil her, was ich mir auch gewünscht hätte, dass ich das von einem Mann kriege. So, und dann ist es losgegangen. Und dann war ich wirklich überrascht, weil ich habe ja schon einen Haufen Matches gekriegt. Also das war wirklich Wahnsinn. Und ich war total euphorisch und total begeistert und habe mir gedacht, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das hätte ich ja schon gleich voll eher machen müssen. Da habe ich ja voll die Auswahl gegeben. Ja, und dann habe ich, sagen wir mal, einen Tag drauf, zwei Tag drauf, drauf gewartet, dass man jetzt dieser Typ oder das Match schreibt. Einen Tag gewartet, zwei Tag gewartet. Ich meine, klar, ich kann auch schreiben, aber ich bin halt irgendwie noch so vom alten Schlag und erwarte halt eigentlich, dass der Mann einen ersten Schritt macht. Aber da war es dann wirklich so, dass da bestimmt die Hälfte von den Männern ja überhaupt nicht geschrieben haben. Und dann habe ich was geschrieben und dann kriegst du keine Antwort. Und wenn du eine Antwort kriegst, dann ist das so doof, weil ich mir dann auch gedacht habe, also, weißt du was, also, wo haben die eine Schulausbildung gemacht? Also, nicht einmal ein oder zwei vollständige Sätze, sondern immer nur so in Steno, so kurz. Also, so lernt man doch niemanden kennen, oder? Also, ich meine, ich mag doch, bevor ich den dann in Live date, mag ich doch ein bisschen einmal einen netten Eindruck von dem haben, ja. Aber so ist es schon losgegangen, gell. Und dann war ich ja schon ein wenig verwundert von den Fotos, ja. Weil ich habe das schon gehört, dass dann viele Männer geschrieben haben, ja, ihr lieben Damen, da hat sie nicht so viel filtern und da hat sie die Foto wirklich in Natur rein und keinen Filtern auf, weil das klingt ja überhaupt nicht gut an. Und? Was war bei mir? Also, ich meine, ich mag das jetzt einmal auf den Punkt bringen. Ja, ich habe Dates erlebt, beziehungsweise Matches gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, ist das ein Adonis. Du, der hat da ein Achtpack gehabt, du, wunderbar ausgeschaut, wie so ein Model aus dem Katalog, gell. Und dann habe ich mit dem so geschrieben und dann habe ich mir gedacht, also irgendwie, das passt irgendwie nicht zusammen. Also, das, was der so schreibt und dann, wenn ich dann immer wieder seine Beutel nachgeschaut habe, und man denkt, das gibt es doch gar nicht, das passt doch gar nicht. Und dann habe ich den auch wirklich direkt gefragt und habe gesagt, du, sind das eigentlich deine Beuteln da in dem Profil drin? Und dann sagt er so, nein. Und ich so, was? Und dann sagt er, nein, weil ich mag, ich stehe in der Öffentlichkeit und ich mag mich da nicht zu zeigen und ich mag auch eine Frau finden, die mich mag und nicht mein Geld oder mein Aussehen. Hä? Wie bitte? Dann habe ich mir gedacht, hä? Und deshalb fakest du dein Profil, deshalb stellst du von irgendeinem anderen Typen Fotos ein und der Typ, der ist wahrscheinlich super gut und schaut super aus und der echte Typ quasi, das wird wahrscheinlich so ein 100-Kilo-Typ sein, voll kreiselt wie nach die Finster, ja, und wo keine Frau hergeht und dann verkauft er sie so, ah ja, er mag sich da nicht veröffentlichen und weil er hat so viel Geld und bla, bla, bla und so. Dann habe ich mir auch gedacht, du weißt was, Bursche, lösche am besten dein Profil oder lösche alle Beutel und stell deine echten rein und dann wollt ihr tatsächlich sie mit mir noch treffen. Dann habe ich gesagt, nein, danke, lösche dein Profil und mach alles rein. Also diesmal Teil 1 zu einer Tinder-Story, gell? Es folgen weitere. Servus!